Tja Leute, herzlich willkommen zur Top 5 knapp vorbei, Folge Nummer 25, heute mit dem Titel vom Handy abgefilmt. Ich werde heute zwei Clips zeigen, die vom Handy abgefilmt wurden und damit kommt man ganz bestimmt nicht auf Commander Kriegers Kanal. Beziehungsweise gibt es dort auch mittlerweile eine neue Top 5 mit dem Jim, und zwar You Vote Compilation, wo ihr User eure Clips selber hochvoten könnt und dann kommt auch mal eine richtige Top 5 mit den gevoteten Clips. Könnt ihr auf jeden Fall nach diesem Video dort gerne vorbeischauen, aber jetzt legen wir los mit der Top 5 knapp vorbei. Legen wir aber erstmal los mit Platz Nummer 5 eingesehnt von Savut und die hat dann einen sehr schönen Wind gemacht, und zwar einen Schuss und zwei damit weggeballert. Fand ich sehr, sehr nice, das kommt jetzt hier gleich. Und ja, sowas ist aber leider nicht wirklich auf Commander Kriegers Kanal zu zeigen und da hat er es gemacht, guck mal. Er wurde geflasht, hat geschossen und hat alle beide mit dem Sniper weggeholt, was ich eigentlich ziemlich gute Leistung fand. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber es ist halt mehr Glück als Skill, leider. So, schaut euch das an, hier laufen die beiden raus und zack, weg sind sie. So, und hier haben wir eine Einsendung von Previously. Er spielt hier ein wenig Halo und Halo haben wir eigentlich generell nie wirklich irgendwie gezeigt. Und hier ein sehr, sehr schöner Headshot. Ja, wunderschön gemacht, da sehen wir das Ganze nochmal in Zeitlupe. Und wie gesagt, heute gibt es keine Platzierungen oder sonstiges, also kein Platz 5, kein Platz 4 und so weiter. Und hier sehen wir nochmal, wie er schön reinzoomen mit dem Sniper. Und da ist er, der blaue Wichser. Und BAM! Wunderschöner Schuss und hier auch noch die Effekte dazu. Ich habe mir vor kurzem die Halo Master Chief Collection mir geholt mit allen Halo-Teilen. Und jetzt habe ich auch richtig Bock, die wieder mal ein bisschen zu zocken, auch im Multiplayer, wenn ihr das ja mittlerweile hinbekommen habt. Hoffentlich. So, und hier haben wir die erste vom Handy abgefilmte Einsendung von Materix und ihr könnt ja gerne mal einfach nur die Performance, die ihr hier macht, bewerten. Ja, dass es kacke aussieht und verwackelt ist, das wissen wir. Aber was findet er, was er hier macht? Ich finde das auch nicht wirklich skillig, hier über das Auto hinwegzuschießen. Aber ja, wie gesagt, was haltet ihr hier von? Überhaupt generell von abgefilmten Handy-Videos oder auch vom Skill, was ihr hier macht. Ja, würde gerne eure Meinung dazu hören. Und hier haben wir, zack, die Bohne, der gerne ein wenig im Wasser rumschwindet mit ein paar Kumpels und Hain auf den Sack geht. Ja, hier geht es um den Megalodon und da kommt er und BAM! Fickt die einfach mal alle ordentlich weg! Tja, da sind sie alle draufgegangen. Aber so nah habe ich den Megalodon auch noch nicht erlebt. Habe ich schön gefunden. War eine coole Sache. Danke für die Einsendung. Und dann haben wir hier noch eine Handy-Einsendung von TheRazer11100. Und auch hier könnt ihr gerne sagen, was ihr davon haltet, wenn man Clips vom Handy abfilmt. Findet ihr das okay? Findet ihr das scheiße? Muss das sein? Muss das nicht sein? Könnt ihr gerne in den Comments euch da ein bisschen beteiligen. Und ja Leute, das war wieder eine Top 5. Knapp vorbei. Die 25. Folge mittlerweile. Und ja, wir hatten zwei Clips, die vom Handy abgefilmt worden sind. Und was haltet ihr davon? Ich meine, okay, nicht jeder hat irgendwie jetzt seine Capture-Card oder kann aufnehmen. Und findet ihr, man sollte solche Clips dann dennoch zeigen, die vom Handy abgefilmt wurden oder nicht? Ich finde leider nicht. Denn so ein Clip muss schon ansehnlich sein. Vor allem auch auf dem großen Kanal wie Commander Krieger. Sollte das schon ordentlich sein und nicht irgendwie vom Handy abgefilmt. Aber dennoch, ihr könnt gerne eure Meinung in den Kommentaren posten. Würde mich freuen. Danke fürs Zusehen, danke für den Support. Danke nochmal an CK und an Jim, dass ich hier diese Serie auch machen darf. Und nicht vergessen, bei Commander Kriegers Kanal vorbeizuschauen. Und bei der Top 5 You Vote Compilation jetzt mitzumachen. Und eure Clips hochzuwählen, die euch gefallen. Haut rein Leute, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.